Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy VIII. Wir sind hier in der Kanalisation mit Christus, Xel und Salvi. Ich habe dieses damals gehasst. Ich muss erstmal so ein bisschen gucken, wo wir überhaupt hingehen können. Ich mache auch mal so ein bisschen den Highspeed-Modus einfach an. Also hier können wir schon mal raus. Warum können wir hier raus? Wie? Hier raus? Moment, jetzt machen wir wieder aus. Achso, ne. Okay, wer hätte das denn denken können? Ähm. Was denke ich, kann ich einfach kaputt machen. Die werden nicht Glieder haben. Oder zumindest nicht. So, weitergehen. Da ist noch so ein anderer Point. Das heißt, wir gehen ja einmal rüber. Ich habe den Highspeed-Modus an, einfach damit wir so ein bisschen Medica ist hier. Okay, einmal Medica hat mir wahrscheinlich nur gefehlt. Ich will jetzt noch einmal kurz zurückgehen, weil ich habe so ein bisschen, ich hoffe zumindest nicht, dass es der richtige Weg ist. Und kann ich eigentlich da auch hier aufmachen? Das ist jetzt ein neuer Gegner, wo ich dann natürlich auch mal gleich gucke. Oh, der hat Engel beispielsweise. Das ist interessant zu wissen. Warte mal kurz. So, schnell einmal das machen. Damit ich auch wieder einen Blitz voll habe. Oder hat sich jemand versuchten? So. Irgendwer sprechen glücklicherweise kann er nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob er das tut. Aber da ist er auch schon Geschichte. Ja, aber Engel habe ich erstmal genug. Ich glaube, früher habe ich das gar nicht so gemacht. Ich glaube, ihr könnt immer so ein bisschen rumgewechselt. In diesem letzten Mal möchte ich es aber, glaube ich, schon so machen, dass so jeder so seine 2GF hat, die er immer hat. Und, ähm, ja, dann brauche ich nämlich nicht tausendmal einmal umändern. Hat schon so ein bisschen seinen Sinn. Natürlich, äh, jetzt am Anfang lasse ich das so. Aber ab, denke ich mal, ab, ähm... Ich habe jetzt keine Lust, irgendwas falsch zu machen. Muss ich ehrlich gesagt sagen. So, wir können ihn hier rein. So, zack. Wir können dann immer nochmal zurückgehen. Da wollte ich sowieso hin. Zack, was kann man denn da Schönes ziehen? Tombi? Oh, sieben mal, Zombie geht aber. Ähm, ja, ich hoffe, ich verliebe mich ja nicht. Was eigentlich so ein bisschen nervig ist, dass man hier wirklich keine, ähm, Karten kaufen kann. Oh, Leute, wisst ihr was? Ich habe schon wieder vergessen. Tremme anzunehmen, das ist nicht doof. So, dann geht's ab jetzt 20 Minuten. Machen wir halt immer mehr als gewünscht. Guck mal, die Brothers sind nämlich jetzt fertig. Ich soll nämlich hier einmal schauen. Ihr macht bitte... Das braucht er nicht. Erstmal eine Stärkekopplung. Das ist eigentlich ganz gut. So. Bio, tatsächlich. Da kann ich leider nicht lang. Building. Achso, hier war der Drawpunkt. Ich glaube, wenn wir da ganz... Wenn wir nach oben weitergehen, kann das doch nicht sein, dass wir dann, ähm... Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir hier? Ich dachte gerade, wenn wir da lang gehen... Also, ich will auf jeden Fall noch nicht fertig werden. Ich will hier alles mitnehmen. Ich glaube auch, einige Sachen, die sind so speziell. Ich meine, es kann sein, dass wir jetzt innerhalb dieses einmal so ein bisschen noch von der Story hoch und oberhalb mitbekommen. Ach, der war da ja vorhin. Warte mal, wenn der jetzt wieder voll ist, dann machen wir das mal folgendermaßen. Warte mal. Jetzt du mal die Hälfte. Ich brauche gar nicht... Zack. Erstmal so viel. Oh, naja. So, hier war ich ja. Da kann ich nicht... Also gehen wir mal hier hoch. Hier hoch. Dann mache ich mal einmal kurz langsam. Hier kann ich gar nicht hoch. Ja gut, dann hat sich das ja schon erübrigt mit der Frage, ob ich da hoch kann oder nicht. So. Also ich habe mich dazu entschieden, erstmal bisher weiteres keine GF zu benutzen. Wenn es nachher so außergewöhnliche Gegnisse sind, dann kann man ja sicher noch mal drüber streiten. Aber so ansonsten... Nein, erstmal nicht. Ich habe hier hoch, ne? Dann kann ich da anscheinend nicht lang. Gehen wir hier lang? Hui. Ah, da kann ich wieder runter. Hier sind wir ja hergekommen. Und jetzt... Ich hoffe, wir gehen nicht richtig. Hört sich doof an, aber... Ist so. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, wir haben uns immer noch einen das Endsetzen. Während diesem schönen Kampf ist. Sorry. Das wird ja wahrscheinlich einer meiner coolen Schuhe wieder knacken. Aber es ist ja ewig jetzt gerade Story-mäßig. Es ist ja eher so, ich suche halt den Ausgang. Sieh einer mal an. Warte. Wer hat Ifrit denn? Dann hat den doch... Ja, genau. Ah, Selfie hat immer bei mir irgendwie... Also sie hat immer Ifrit. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so. So, wo sind wir denn jetzt? Töne richtig? Oh. Ich da lang gehen? Okay. Oh, ich feiere sowas. Ich kann es hier im Party wiederholen, ne? Aber ich liebe es einfach so sehr. Ja, also dieses Spiel. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Also zur anderen Seite. Wiedersehen. Ah, Diabolos ist endlich fertig. Cool. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann kann Quiz das jetzt nämlich rauben. Und, ähm... Ich gucke noch mal einmal alle nach. Das ist ja auch kein Blödsinn. Ja, das ist ja Blödsinn, Ifrit. Da habe ich mich gerade irgendwo... Gegen... Gegen irgendwas gefreut, dass er das jetzt kann. Dann habe ich vergessen, das zu ändern. Ne, das brauchst du auch nicht. Du machst bitte mal... Eigentlich wäre Trefferkopplung ganz gut. Aber als nächstes sollten wir erstmal Gegner 50%. Ja, können wir machen. Dann haben wir das schon... Oh, wir haben ja noch Kabanker im Moment. Den habe ich gerade vergessen. Ne, das brauchst du nicht machen. Du bekommst... Du machst erstmal... Runtern. So, und dann nimmt dich bitte... Kannst du ihn nehmen? Ja, Kabanker kommt hier noch mit hin. Zack. Zack. Mal einmal schnell alles einmal durchgucken. Ne, aber ansonsten hatten wir ja nichts, glücklicherweise. Weiter. Da haben wir noch so viel Zeit, ne? Meine Herren. Lässt du das bitte? Ach, das ist schön. Dass das jetzt Raum hat, das ist echt cool. Jetzt kriegen wir auch Gegenstände. So, ah ja, genau. Und hier müssen wir nämlich hin. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles geholt. Zur Vorsicht würde ich tatsächlich einmal jetzt ins Buch gucken wollen. Aber ich habe es nicht vorliegen. Oh, ich weiß nicht. Habe ich jetzt alles? Ich werde einmal gucken. Kurz. Ihr werdet mir verzeihen. Oh, alte Frau muss sich bewegen. Denn nicht, dass ich irgendwas jetzt da... Das wäre ja schade. Ich ärgere mich ja sowieso schon so ein bisschen, dass... So, habe ich, habe ich. Habe ich. Die Waffen Mai habe ich auch geholt. Ja, habe alles gemacht. Gott sei Dank. Anders als gerade entschieden, würde ich ganz gerne hier nochmal einen kleinen Cut machen wollen. Ich weiß, es sind noch einige... Ich will es immer so ein bisschen schön verpacken einfach. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es sind halt Leute, die schalten nach fünf Minuten ab, weil irgendwie nichts Cooles passiert. Aber es ist nun mal ein Rollenspiel. Manchmal passiert halt einfach auch nichts Cooles. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja. Und naja, ich werde jetzt hier schon mal einmal eventuell die Truppen austauschen. Das heißt... Ähm... Er kriegt von ihr. Ja. Ich würde es gerne so behalten, ja. Und dann bekommt sie den Schüssel von Selfie. Ich hoffe wirklich, dass die beiden mir zur Seite stehen. Ähm... Ich weiß, ich hätte jetzt auch noch einmal nachgucken können. Weil, äh... Letztendlich ist es egal. Also, ähm... Ob ich da jetzt mit... Ähm... Ihr wisst schon. Also, das ist mir jetzt egal gewesen. Nur weil ich es jetzt einmal schon mal hier aufliegen hatte, würde ich ganz gerne einmal gucken. Und es sind wirklich die beiden, mit denen ich jetzt unterwegs bin. Von daher ist das alles in Ordnung. Nur dann muss ich das halt nachher nicht alles machen. Das wäre ja Blödsinn. So, jetzt zauber ich noch. Ach, ich kann ja gar nicht zaubern. Oh, 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 oh. Aber ich kann ein Item benutzen. Hat genau gepasst wahrscheinlich. So, dann, äh... Ja. Wollen wir einfach mal nach oben gehen. Und hoffen, dass wir nicht zu spät gekommen sind. Ne, anscheinend ist noch alles ganz gut. Äh, von daher würde ich jetzt wirklich kurz Schluss machen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich aufgenommen habe. Es können auch nur 15 gewesen sein. Aber ich finde das so dermaßen wichtig, das, ähm... In einen nächsten Part zu packen, was jetzt gleich passiert. Ähm, von daher danke ich dir fürs Zuschauen. Danke auch vielleicht für deine, ähm, Aufmerksamkeit, die ich dir überrauben durfte. Und sage, bis dann. Tschüss.